Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Haul. Es ist schon lange her und wir waren trotzdem einkaufen. Immer mal wieder und heute zeigen wir euch mal wieder den Einkauf, weil heute ist es ein bisschen mehr geworden. Wir waren in verschiedenen Läden. Wir waren im schwarzen Netto, wir waren im normalen roten Netto, bei Kaufland, bei Lidl und das war's. Ich fange mit Lidl an, weil das ist gerade oben und ich fange gleich mit einem Highlight an und zwar gab es so ein Schokodekor, also so eine Schokodekosachen und da sind einfach Füchse drauf und Eulen. Richtig süß. Ich glaube, sie haben 1,75 Euro oder so. Ich weiß es kaum. Unter 2 Euro gekostet. Fisch aus der Dose mit Tomatensauce, Tomatencreme. Wurde es bei mir auf Arbeit geben, hat 99 Cent gekostet, war im Angebot, stand an der Kasse eine riesengroße Palette. Wäre ich mir auf Arbeit schmecken lassen. Ich meine, das hat auch 99 Cent gekostet, dieses Spülmittel. Ich glaube, 79 oder 89 sogar. Ach echt? Ja. Auf jeden Fall riecht es nach Himbeer und Rose. Es hat gut gerochen. Es hat mehr nach Himbeer gerochen als nach Rose. Und das ist nicht leer gegangen. Dann gab es ein Räucherling. Es gibt Räucherling drauf. Das letzten Endes wahrscheinlich nur gepökeltes Schweinefleisch und das euch wie geräuchert. Gab es reduziert. Für das Stück haben wir bezahlt 1,28 Euro. Das ist das, was ich mal in Polen kaufe. Dieses, was da Ländchen sind oder so, ist das ja auch so. Dann gibt es bei Lidl so einen kleinen Gewürztüten und da gibt es sogar noch Zwiebeln, nicht Gewürze. Wie heißen das? Kräuter. Ja. Und damit dieses Zwiebeltour mitgenommen. Wie teuer war das? Ähm, ja. 60 Cent. Das sind 150 Gramm, aber das ist halt schön für den Gefrierer, weil wir haben nicht so viel Platz. Deswegen passt das da gut rein. Und sind immer Zwiebeln da. Dann hat Robert noch mehr Fleisch. Ähm, Fleisch. Es gab wieder eine Salami, die fast eigentlich zum regulären Preis drüber gegangen wäre. Von 2,49 Euro. War aber auch wieder reduziert, weil sie nur noch ein kurzes Haltbarkeitsdatum hat. Nur noch für 1,24 Euro. Ich mag die luftgetrockene Salami. Die hat außen schon so einen Schimmel dran. Also das gehört dazu und schmeckt sehr lecker. Mozzarella leicht. War auch reduziert auf 29 Cent. Haben wir mitgenommen. Und hier ist noch was von Lidl. Genau. Fleisch. Ich mag Fleisch sehr. Ähm, Schweine-Nacken-Steeks. Schön fertig mariniert. Ich bin zwar nicht mehr so der Freund von fertig marinierten Sachen, weil ich hab jetzt immer das Rindfleisch selber, äh, dann gewürzt am Ende. Aber, ähm, ich mag die trotzdem noch für auf Arbeit eine tolle Sache. Aber ich hab mich mal gefreut, wieder mal ein Steg zu essen. Äh, ich hab irgendwann mal irgendwas um die 3 Euro bezahlt, jetzt knapp 5 Euro. Es gab für Mutti und Robert ein Eierlikör Berliner, weil die auf 35 Cent reduziert waren. Und die schmecken gut, nicht wahr? Ja. Ja. Habe ich schon öfter jetzt gegessen. Ich mag diese Füllung drin. Diese Eierlikör-Creme-Füllung. Ich glaube, wir sind mit Lidl durch. Das könnte die Lidl gewesen sein. Achso, nee. Wir waren ja noch bei einem anderen Lidl. Da haben wir mitgenommen. Genau. Das war's. Dann Kaufland. Kaufland ist gut. Dann kann ich hier gleich so die Bretter zeigen. Genau. Und zwar, diese Bretter, bei denen bin ich schon rumgeschlichen. Die waren irgendwann mal im Angebot. Und die wollte ich haben. Die haben, glaube ich, 7,99 Euro regulär gekostet. Und die waren jetzt runter reduziert auf 3,99 Euro. Und jetzt hab ich so... Wieder Schnäppchen geschlagen. Also hier ist eins und da ist so zwei. Ich glaube, das sieht man gut. Genau. Schönes Schnäppchen geschlagen. Es gab Röstzwiebeln. Ich mag Röstzwiebeln. Also ich... Die stimmt, die waren sogar noch... Ne, waren die von Kaufland? Ja. Die sind von Kaufland. Stimmt, weil die gleiche Dose gibt es bei Lidl auch. Die hole ich sonst immer. Ich kann den Kartoffelbrei mit rein oder auf Hot Dogs mit drauf. Gehören auf jeden Fall mit dazu. Geröstete Zwiebeln. Wir haben diese Fertifuchs-Salami mitgenommen, weil die auf 99 Cent reduziert war. Und günstiger ist wie sonst manche andere Salami, die sonst eigentlich einen Euro gekostet hat, kostet jetzt fast 2 Euro. Die hier sind zwar auch nur 80 Gramm drin, aber so oft... Esse ich keine Salami. Halt. Wenn dann eher sowas hier. Ja. Dann war bei Kaufland das Wochenendangebot auf jeden Fall unter 1 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob 99 Cent. 99 Cent. Oder 95 Cent. Knack und Backbrötchen. Und sind 8 Stück drin. Das ist das Original. Sonst kaufe ich die mal vom Lidl. Da sind 6 Stück drin. Für 1 Euro. Haben wir auch wieder gespart. Es gibt 2 Brötchen mehr für mich. Oder 2 Pizzas. Oder dergleichen. Ein Favorite Saft von Robert, würde ich schon sagen. Genau. Kokosananas. Trinkt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut mit Malibu-Likör. Malibu ist ja auch so ein Kokos-Likör. Und da kann man sich einen richtig tollen Cocktail mit mischen. Ich habe schon Sprachstörungen gehört. Mischen. Kann man jedenfalls einen guten Cocktail mit mischen. So, jetzt gibt es mal was zu essen für mich. Und zwar vegetarische Mina. Die kann ich euch empfehlen. Die sind sehr lecker. Die sind von Eberswalder Vegetarios heißen die. Und die haben 2,19 Euro gekostet. Die waren nicht im Angebot. Aber. Meine Lava Cakes. Ich mag diese kleinen Küchlein. Weil die mich wahnsinnig daran erinnern an das, was es bei Burger King gab. Also diesen Hot Brownie mit Vanilleeis. 30 Sekunden in die Mikrowelle. Dann ist es wirklich so, dass es richtig frisch aufgebacken ist. Und drin mit einem zart schmelzenden Schokoladenkern. Und waren reduziert auf 2,09 Euro. Das ist immer so ein Highlight. Wenn die nämlich ablaufen und dann reduziert werden. Das eine Mal sind wir auch gerannt. Immer hin und her. Und die waren eigentlich schon abgelaufen. Und da hieß es, nein, die können wir nicht reduzieren. Die werden zurückgeschickt ins Werk. Die kriegen dafür dann neue. Das war ein bisschen unglaublich. Jetzt waren wieder welche da. Wir haben drei Packungen mitgenommen. Davon werden welche eingefroren. Und der Rest wird vertilgt. Hier ist jetzt etwas. Für mich stellt euch vor. Ich bin ein Öl-Depairer geworden. Und zwar ist das Leinenöl. Das ist unscharf. Spreewalder Leinenöl. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Tattoos fokussiert werden. Ja. Spreewalder Leinenöl. Spreewalder Leinenöl. Mutti hat mir letztes Jahr, von dem vorletztes war so auch Rihanna. Aber ich habe das Öl, glaube ich, habe ich das nicht erst dieses Jahr angefangen von Mutti. Ich habe tatsächlich eine Flasche Öl gelehrt. Ich alleine komplett. Wow. Auf jeden Fall war das im Angebot. Für 5,55 Euro. Aber ich sage euch, es ist es auf jeden Fall wert. Und noch was für mich im Angebot, dass ich hier auch mal ein bisschen am Stück reden kann. Ein Schöpflöffel. Ich glaube, das ist für Nudeln oder so. Eine Klöse. Und ich habe mir den geholt, damit ich meine Ofenkartoffeln aus dem Ofen holen kann. Und der eigentliche Grund, warum wir zum Kaufland gefahren sind, war eigentlich Dessertsauce. Vanille-Dessertsauce, die ich immer nutze für meinen Speichelkompott. Ach, Speichelkompott. Rhabarberkompott. Oder für rote Grütze. Oder für rote Grütze. Genau. Die ist dann unter 1,99 Euro. Ja, es schmeckt auch sehr lecker. Es ist halt so schön, weil die so schön dickflüssig ist. Dann waren wir im gelben Netto. Genau, im gelben Netto. Da gab es wieder reduziert Süßkartoffelchips. Mag ich auch ab und zu. Kann man gut back-snacken. Man sieht doch schon, ich habe von unterwegs ein bisschen Hunger gehabt. Das habe ich schon reingegriffen. Wie gesagt, produziert Specken vom Netto. Dann habe ich mir wieder meinen Quark mitgenommen. Und ich kann euch wirklich ans Herz legen. Probiert mal den vom Netto aus. Der ist richtig schön cremig. Also jetzt die Magerstufe. Der ist wirklich schön cremig. Der schmeckt mir sehr, sehr gut. Der vom Rewe zum Beispiel schmeckt nicht so gut. Und ich habe ein Highlight gefunden, was ich in der Werbung gesehen habe. Und zwar gibt es von Booster neue Energy Sorten. Und da haben wir drei Stück. Kannst du mal halten. Du hast exotisch, das ist Apfel und das ist Wassermelone. Die sind ohne Zucker und BCAAs. Ich weiß nicht, ob die immer im Energy sind. Für 89, 79, 79, irgendwie sowas. Und Robert hat sich das hier mitgenommen. Das hat er auch schon öfter gehabt. Orange, Vanille. Schmeckt ganz gut. Das riecht für mich wie so ein Campino Bonbon. Ja, ich glaube, daran hat es einen. Und ich habe mir hier von Shirin David, das kennt ihr wahrscheinlich. Sie hat ja hier diesen Dirty, da habe ich mir Zitrone und Pfirsich mitgenommen. Kartoffeln kochen. Und, ach, ich habe beim Kaufland vergessen. Ich habe mir hier beim Kaufland noch die Caffrey-Einlagen geholt. Weil ich wirklich, also ich hatte ja mal die günstigen vom Rossmann und vom Kaufland und so weiter. Und man merkt halt, wenn die günstig sind, die kleben nicht richtig oder die zersprusseln, dass da so Fusseln rauskommen. Und die haben, glaube ich, 1,79 jetzt gekostet. Habe ich mir gleich drei Pakete geschoben. Die reichen dann erstmal wieder ein paar Monate. Und beim Kaufland hatte ich mir auch diesen Eistee, weil der Sparkling 69, 89, 89. 69 sind. Ja, glaube ich. Im besten Fall immer unter einem Euro. Der schmeckt sehr gut. Davon kriege ich aber Bauchschmerzen. Und hier hatte ich bei Instagram, hatte ich euch ein Bild gepostet. Kann man, muss man aber nicht. Aber der schmeckt richtig natürlich. Also der schmeckt nicht super süß. Der hat keinen Sparkling, also keine Kohlensäure. Aber ich kriege davon keine Bauchschmerzen. Deswegen habe ich ihn mir nochmal geholt. Weil der halt so natürlich schmeckt. Aber ich glaube, wenn ich mir selber Tee aufbrühe, kriege ich das gleiche Ergebnis. Aber hat sie trotzdem gut gemacht. Und ich finde das toll, dass sie hier oben so eine, wie nennt man das? Naja, so eine Schutzkappen, dass das oben nicht dreckig ist. Weil ich bin immer so, bevor ich ein Energy trinke, muss ich immer den Dreck wegpusten. Ja, Mann ist natürlich auch da. Das war's, oder? Das war's. Wir haben noch Fahrradschläuche geholt beim schwarzen Netto, falls euch das interessiert. Stimmt genau, da gab es ein Angebot für unter 3 Euro. Und beim schwarzen Netto habe ich mir hier noch Puddingpulver mitgenommen, was allerdings von 99 Cent für vier Stück doch nicht so günstig ist. 24 Cent, 25 Cent. Das nimmt sich dann nichts mit dem, was der Kaufland gibt. Ich glaube, wir hatten beim Penny mal die hier von 69. Da haben wir fünf Stück drin. Das kann auch sein. Vier plus eins Quatsch. Ja. Wir müssen jetzt die Sachen da kommen, damit das nicht alles aufbaut. Genau, und dann gibt's Armbrot. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.